Moin Moin und herzlich willkommen und Apple möchte im September ihre neue iPhone-Generation sowie eine neue Generation der Apple Watchers vorstellen. Nun gab es ein großes Leak, einen großen Bericht und ich werde den mit euch einmal zusammenfassen, schauen, was wir von der neuen Generation der iPhones und Apple Watchers erwarten können. All das in diesem Video. Viel Spaß! Und wieder einmal ist es passiert. Mark Gurman, der Bloomberg-Journalist, der hauptsächlich den Bereich rund um Apple behandelt beziehungsweise hauptsächlich über Apple berichtet, hat heute am Sonntag einen langen Newsletter rausgebracht, den er immer schreibt, den verlinke ich euch auch nochmal als Quelle in der Beschreibung, wo er einmal zusammengefasst hat, was man so von der neuen iPhone-Generation, von dem iPhone 15 und 15 Pro wieder erwarten kann. Er hat in der Vergangenheit bereits sehr richtig gelegen, also erstaunlich richtig gelegen. Gerade als es um die Mixed-Reality-Brille, die Apple Vision Pro, wie sie ja jetzt heißt, ging, hat er bereits Monate vorher so gut wie alles über diese Brille gewusst und auch schon in seinem Newsletter darüber geschrieben. Deswegen gehe ich davon aus, dass all das, was er jetzt auch über die iPhone 15 Serie sowie die neuen Apple Watches geschrieben hat, dass das auch wieder sehr wahrscheinlich richtig sein wird. Zumindest ist er in der Vergangenheit die zuverlässigste Quelle über Apple-Gerüchte beziehungsweise all das, was bei Apple intern abgeht, geworden. Fangen wir an mit der iPhone 15 Serie und hier schreibt er, dass Apples Design-Team, welches wohl intern einen sehr hohen Stellenwert hat, denn alle Produkte, die Apple in der Vergangenheit wirklich berühmt gemacht haben, sind durch das Design-Team sehr stark geprägt worden. Dazu gehört natürlich das iPhone, der iPod oder auch dann die AirPods. Und dieses Design-Team, das scheint wohl einen Traum gehabt zu haben, beziehungsweise wollen sie ein iPhone herstellen, was nur aus Display besteht, also keine Notch, nicht das, was das iPhone 14 Pro jetzt hat, sondern wirklich nur ein, auf der vorne nur ein Display und hinten die Kameras. Und diesen Traum haben sie mit dem iPhone X bereits angefangen, dann mit dem iPhone 12, dann mit dem 13 und jetzt dem 14 Pro, wo sie das Display immer größer gemacht haben, beziehungsweise die Display-Ränder kleiner gemacht haben und probiert haben, diese Notch aus dem Weg zu kriegen. Und dieser Traum soll jetzt mit dem iPhone 15 Pro nochmal einen Schritt näher kommen, denn die iPhone 15 Serie wird nur diese Dynamic Island haben. Sprich, wir haben ja die normalen iPhone 14 Modelle und iPhone 14 Pro Modelle und das normale 14 hat ja noch die Notch, das wird jetzt wegfallen. Sowohl das iPhone 15 als auch das 15 Plus werden beide die Dynamic Island bekommen und das Pro und Pro Max Display werden nochmal neu gebaut werden. Er beschreibt das Ganze als LIPO Display oder Low Injection Pressure Overmolding, wodurch letztendlich die Display-Ränder nochmal deutlich dünner werden sollen, als bei den bisherigen Pro Modellen. Aktuell sind es 2,2 Millimeter, die das Display und der Rand, beziehungsweise der Rahmen des iPhones trennen. Mit der neuen Display-Möglichkeit soll es dann so sein, dass das Ganze nur noch 1,5 Millimeter ist, also 0,7 Millimeter, die dadurch eingespart werden. Das Ganze wurde schon in der Apple Watch Serie 7 genutzt, um da die Display-Ränder zu dünnen. Und ja, dass Apple überlegt scheinbar das auch noch fürs iPad zu nutzen, auch da bin ich mal gespannt, ob man da in der iPad Pro Serie nächstes Jahr was sehen wird. Aber ich finde, dass das schon mal ein wirklich großer Schritt ist. Ein 1,5 Millimeter dünner Rahmen, das stelle ich mir schön vor. Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen wohl 3 beziehungsweise 4 große Neuerungen bekommen. Das erste ist die Dynamic Island, also das Design der 14 Pro Modelle, jetzt auch fürs 15. Das zweite ist, Apple baut den A16-Chip ein, also den Chip, den beim letzten Jahr nur die iPhone Pro Modelle gekriegt haben. Der kommt jetzt dann auch für die iPhone 15er Geräte. Das Ganze soll noch mehr und bessere Kameras haben, also die Sensoren werden wohl ausgetauscht. Und viertens, es wird USB-C geben. Also Lightning ist Geschichte, die iPhone 15 Modelle bekommen alle USB-C, auch die günstigeren. Das wird vor allem auch damit zu tun haben, dass die EU eine Richtlinie verabschiedet hat, die Firmen zwingt bis 2025, 2026, alle Smartphones beziehungsweise technologischen Geräte auf einen einheitlichen Standard zu bringen, nämlich, oh Wunder, USB-C. Und Apple scheint dann einfach jetzt das Ganze schon zu machen, um verkaufen zu können. Leute, ihr wolltet es immer haben, jetzt bekommt ihr es. Und das hat die Vorteile, nämlich, schnellere Datenübertragung, einheitlicher Standard. Und ich denke, dass wir das jetzt auch bei allen Geräten sehen werden, die noch kein USB-C haben. Die iPads haben es ja schon, die MacBooks haben es ja schon. Wahrscheinlich werden wir das dann auch bald bei den AirPods sehen. Die Pro Modelle sollen zudem ein paar Designveränderungen bekommen haben. Während die normalen iPhone 15 und 15 Plus Modelle ungefähr so aussehen wie letztes Jahr, wird das iPhone 15 Pro einmal die Rückseite zwar weiter Frosted Glass haben, das soll aber nicht mehr so scharf abgekantet sein. Und der Rahmen der Pro Modelle wird jetzt aus Titan gefertigt werden. Also Apple wird das wahrscheinlich begründen mit, wir haben etwas mehr Premium-Material genutzt. Es wird nicht mehr so Fingerabdrücke anziehen und sich dann auch einfach besser in der Hand fühlen. Apple hat das ja bereits auch schon mit der Apple Watch Ultra ausprobiert. Und das Ganze kommt dann jetzt auch für die Pro Modelle. Eine große Änderung, die wir gar nicht sehen werden, wird sich auch im Inneren der Geräte befinden. Denn das iPhone 15 Pro wird im Inneren neu gestaltet werden. Sprich, man wird das so anpassen, dass es vielleicht auch einfacher ist, selbst zu reparieren. Auch da gab es eine EU-Richtlinie, wo die EU gesagt hat, alle technologischen Geräte sollten auch selbst reparierbar sein. Und Apple baut deswegen jetzt das iPhone 15 Pro um, dass, wenn man mal selbst irgendwie ein Teil austauschen möchte, sich das zutraut, es auch möglich ist, damit es nicht alles so, naja, kompliziert ist, dass man da Teile rausnehmen müsste, die man vielleicht eigentlich gar nicht rausnehmen möchte. Das soll damit dann einfacher werden. Ein großes Update wird es auch für die Kameras geben. Mark Gurman schreibt, dass die Linsen ausgetauscht werden und zumindest beim größeren Modell auch ein größerer Zoom eingebaut werden soll. Also das, was Samsung ja mit ihrem hundertfachen Zoom so immer groß bewirbt, dass das das iPhone ja nicht hat, das soll jetzt in der neuen Generation zumindest verbessert sein. Auch wenn er da keine Angaben macht, inwieweit das verbessert wurde. Also 30-fach, 50-fach, 100-fach, das steht noch nicht fest. Während die iPhone 15 Modelle ja jetzt den A16 Prozessor nutzen, wird das iPhone 15 Pro und Pro Max wahrscheinlich auf einen A17 Prozessor, auch wenn er den nicht so nennt, setzen. Der wird jetzt in einem 3-Nanometer-Chip-Verfahren gebaut werden. Sprich, der wird energieeffizienter und schneller sein. Das könnte natürlich einer der größeren Schritte mal wieder sein. Auch da ist noch offen, inwieweit der schneller als der A16 ist. Aber natürlich, die neuen iPhones werden schneller, besser, toller. Ein großes Feature, was Apple ebenfalls geplant hatte, sollte wohl sein, dass man die physischen Knöpfe, also lauter, leiser, sowie der Mute-Switch an der Seite, komplett entfernt und dann nur haptisches Feedback nutzt. Sprich, man hätte lauter oder leiser gedrückt, man hätte durch Vibration ein Feedback bekommen und damit dann vermieden, dass man weitere Teile hätte, die kaputt gehen könnten. Und, naja, man hätte auch natürlich Geld sparen wollen. Das hat aber nur in der Entwicklung für Probleme gesorgt. Man hat gesagt, okay, das könnte zu teuer werden oder es hat einfach nicht voraus funktioniert, wie man das machen wollte. Das Projekt hieß wohl intern Bongo und wurde am Ende gecancelt. Das heißt, es gab erste Render-Bilder, die auch schon im Internet rumflogen und alle gesagt haben, wow, Apple entfernt jetzt die physischen Knöpfe. Dann gab es nochmal Render-Bilder, wo es dann hieß, nee, Apple entfernt sie doch nicht und nur den lauter, leiser Knopf. Dieser Mute-Switch an der Seite, der wird jetzt wohl ersetzt werden mit einem sogenannten Action-Button. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man den dann drückt beziehungsweise ob man dann länger drückt oder zweimal drückt und dann kann man Sachen umstellen wie den Fokus-Modus, bitte nicht stören, die Taschenlampe anschalten. Und das wird dann wohl der Ersatz zu diesem Projekt Bongo sein. Ob das vielleicht beim nächsten Jahr kommt, ist dann fraglich. Aber zumindest ist das eine Causa, die im Internet für viel Verwirrung gesorgt hat und damit dann jetzt auch gelöst wurde. Beendet wird der Newsletter über die iPhones zumindest natürlich dann mit der Preisfrage, der Königsfrage. Wie teuer werden die neuen iPhones werden? Mark Gurman schreibt, dass es in den USA ja bisher wirklich keine Preissteigerung im Vergleich zum iPhone X gab. Also man konnte sowohl das iPhone X als auch das iPhone 14 Pro für 999 US-Dollar kaufen, zuzüglich dann der Steuern, je nach Bundesstaat. In den anderen Ländern, gerade auch in Deutschland, sind die Preise natürlich in den letzten Jahren dann sehr stark angestiegen. Ein iPhone 14 Pro kostet hier mindestens 1299 Euro und würde auch nicht ausschließen, dass es zu den Preiserhöhungen, die es wahrscheinlich im Ausland geben wird, auch das erste Mal seit Jahren einen höheren Preis für die Pro-Modelle geben könnte. Ich persönlich erwarte dann wahrscheinlich an iPhone 14 Pro für 1350, 1399 Euro, also wahrscheinlich wieder 50 bis 100 Euro mehr im Vergleich zum Vorgänger. Ob sie dann vielleicht die 120 GB Variante streichen? Ich glaube bei den günstigeren Modellen nicht. Das iPhone 14 wird wahrscheinlich dann 1050, 1100 Euro kosten und vielleicht dann die 256 GB Variante bei den Pro-Modellen als Standard machen, um das so irgendwie auszugleichen. Aber fair ist, dass die iPhones dieses Jahr nicht günstiger werden und wahrscheinlich einfach eher nur teurer. Zu den Apple Watches ist relativ schnell eigentlich alles gesagt. Es wird wieder drei Uhren dieses Jahr geben, eine 41 mm und 45 mm Variante der Serie 9, sowie eine zweite Watch Ultra. Bei der SE wird es kein Upgrade geben. Das wird wahrscheinlich wieder so sein, dass es nächstes Jahr eine gibt. Die haben so einen Zwei-Jahres-Zyklus, dass sie dann ein paar Funktionen aus den älteren Standardmodellen in die SE packen und nicht jedes Jahr eine neue SE-Uhr machen. Wichtig bei der Serie 9 ist, es wird einen neuen Prozessor geben. Während bei der Apple Watch Serie 6 und 7 und 8 drei Jahre lang derselbe S6-Prozessor genutzt wurde und sie ihn eigentlich nur umbenannt haben, wird die Serie 9 dieses Jahr das erste Mal dann seit drei Jahren einen neuen, bisschen schnelleren Serie 9-Prozessor bekommen. Zur Ultra gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. Nur, dass Apple letztes Jahr überlegt hatte, eine dunkle Titan-Version auch der Uhr rauszubringen, also die in zwei Farben rauszubringen. Die hat es dann nicht geschafft, weil sie dem Designer nicht gefiel. Es könnte aber die Möglichkeit geben, dass diese Version dann dieses Jahr auch zur Apple Watch Ultra 2 rauskommt. Das war es auch erstmal schon zum Apple-Event dieses Jahr. Ich bin wirklich sehr gespannt, was Apple dieses Jahr dann wirklich aus dem Hut zaubern wird. Es klingt zumindest spannender als die letzten zwei, drei Jahre. Was wirklich sehr schön ist, dass da, naja, zumindest Samsung dieses Jahr sich so ein bisschen auf die faule Haut gelegt hat. Das S23 Ultra war jetzt nicht wirklich der Hammer. Die neuen Z-Geräte waren jetzt auch, also die faltbaren Geräte, waren jetzt auch nicht wirklich der große Sprung. Apple könnte das dieses Jahr schaffen. Da freue ich mich wirklich drauf. Was haltet ihr denn so von den Gerüchten zum iPhone 15 und 15 Pro? Würdet ihr euch eine neue Apple Watch dieses Jahr kaufen? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss. Bis dahin, macht's gut.